Was für ein Schock, bei den Royals soll eingebrochen worden sein. Es war ein Sonntagabend im Oktober, wie The Sun berichtete, seien zwei Männer über einen 1,80 Meter hohen Zaun geklettert, um landwirtschaftliche Fahrzeuge aus der Scheune zu klauen. Sie müssen gewusst haben, dass die Fahrzeuge dort gelagert waren, bevor sie einbrachen, und sie mussten wissen, wann der beste Zeitpunkt war, um zu entkommen, ohne erwischt zu werden, erklärte eine Quelle gegenüber dem britischen Boulevardblatt. Das heißt, die Einbrecher müssen das Schloss Windsor zuvor bereits eine Weile beobachtet haben. Nachdem die Langfinger alles zusammengepackt hatten, was sie mitnehmen wollten, schnappten sie sich einen Laster, sowie ein Quad auf dem Grundstück und rasten mit diesen durch das Sicherheitstor. Besonders gruselig! Dieses Tor ist ganz in der Nähe vom Adelaide Cottage, dem Haus von Prinz William, 42, und seiner Frau Prinzessin Kate, 42, sowie deren gemeinsamen Kinder George, 11, Charlotte, 9, und Louis, 6. Es war ein Sonntagabend in einer Schulwoche, die jungen Prinzen und die junge Prinzessin lagen also wahrscheinlich im Bett im Adelaide Cottage, gleich um die Ecke, so die Quelle weiter. König Charles III., 76, und Königin Camilla, 77, waren glücklicherweise nicht in der Nähe. Der 76-Jährige hielt sich zu dem Zeitpunkt in Schottland auf, Camilla habe sich in einem Spa in Indien entspannt. Von Dieben fehlt noch immer jede Spur. Bisher konnten die Diebe noch nicht ausfindig gemacht werden, von ihnen fehlt nach wie vor jede Spur. Die Ermittlungen der Polizei dauern aktuell noch an. Nur wenige Wochen vor dem Einbruch hatte Dessan noch berichtet, dass bewaffnete Polizisten von den öffentlichen Eingängen des Schlosses abgezogen werden.